Ja, einfach langsamer. Ich bin der neue Danny Ricardo hier. Wer kann später Bremsen spielen? Shit. Einfach nur faire Moves. Aber ich hätte die Kurve auch echt nicht mehr bekommen. So, nächste Runde geht's rein. Das Boxenstoppenster ist offen. Jetzt mal eine halbwegs schnelle Runde hinzaubern. Und dann kommen auch schon die neuen Arriven. Gruselig. Mann. Aber die Marshalls konnten alles... Ne, Rennleitung. Sei einfach vorsichtig. Da gibt's immer so einen Fifty-Fifty-Satz, was da als Anschlusssatz kommt. Entweder die Rennleitung oder die Marshalls. So, dann. Äh, haben wir noch irgendwas Schlimmes? Ausgewählt? Ne. Passt alles. Das passt alles. Ja, aber okay. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. So, wo sind wir gerade? Wir sind wieder hinter einem McLaren-Polk. Ui. Ah, da ist noch einer dabei. Was ist das für ein Auto? Ein Ferrari? Ne, ein Alfa? Auf Karte hätte ich gesagt Ferrari, aber das weiße Heck lässt auf den Alfa schließen. Ah, Mann, ey. Dieser Unterboden-Defekt. Ah, Mann, ey. Ich glaub, Boxenstopp bereinigt kämpfen wir, wenn's gut läuft, um P10. Wir verlieren halt sehr viel Zeit wegen dem Unterboden. Aber ich nehm's mal vor, jetzt Unterboden-Thema zu lassen. Könnt ihr sonst noch eine ganze halbe Stunde mich darüber aufregen. Genauso wie über das Thema neuer Spielstand wegen PS5-Version. Aber ne, die beiden Themen sind ab. Jetzt vergessen. Welche beiden Themen wollte ich nochmal vergessen? Ich weiß es nicht mehr. So schnell kann's gehen. Ah, das Heck. Ich sieht meine Reifen schon abgeschlabbert. Ich weiß ja nicht, woran es sonst noch liegen könnte. Oh, gelb? McLaren vielleicht langsam? Yes. Und blockiert dadurch vielleicht den anderen. Wenn's gut läuft. Erstmal keine Panik. Wir haben ein Problem entdeckt. Wir untersuchen es noch. Okay. Vielleicht ein Flügelschaden? Sonst wäre er in der Box gefahren. Die haben ein Problem entdeckt. Das hat das Problem doch immer gesagt, was da los ist. Na mal gucken. Wir haben festgestellt, dass es ein Problem mit dem Motor gibt. Okay. Klopf auf Holz. Anscheinend hat das Problem sich von selbst gelöst. Äh, wo ist denn hier Holz? Ich hab's gefunden. Kann ja nicht jeder eine lebensechte Rob Gronkowski Holzfigur haben. Ich hab mich jetzt eingegroovt, wie ich das Auto hier zu steuern habe. Am Gaspedal. Vielleicht die letzte Kurve auch mehr wie so ein V anfahren. Spitz rein, spitz raus. Um halt wirklich so wenig wie möglich die Aerodynamik zu belasten. Ohi. Ohi. Havons. Harte Reifen. Wer ist das? Latifi. Okay, den packen wir. So nicht. Come on, das müsste reichen. Junge, Junge, Junge. Diese Bremsmanöver. Junge, Junge. Junge, Junge. Junge. Untertitelung des ZDF, 2020 Heikel Alter Vater Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,4 Sekunden Die letzte Rundenzeit lag bei 1,20,1 Du holst 1,2 Sekunden pro Stunde auf Und das Rennen ist noch jung Ich muss den Lenken wie bei einem Regenrennen So wenig Lenkwinkel wie möglich Damit hier das Auto keine Anstalten macht Irgendwelche frechen Sachen Hier loszutreten Das ist wirklich ein kniffliges Rennen Ein technisch kniffliges Rennen Hups Ah, ich habe auch den DS-Knopf gedrückt Einfach stark Okay, das ist viel Das ist wirklich viel Den holen wir uns wirklich noch Eieiei, keine Strafe Sehr gut Oh, übrigens, was auch noch keine Strafe hat Und das sehr gut ist Der Brasilien-Inzident In Runde 48 zwischen Verstappen und Ja, Louis Hamilton Was aber auch lächerlich wäre Wenn das Wenn das eine Strafe gegeben hätte Nur so nebenbei Was da auch Weil so echt frech ist Eine Sekunde pro Runde So, Hamilton Kommt von Startet mit gefühlt Zehn Runden Rückstand In das Rennen Gewinnt das Rennen Aber trotzdem Will Mercedes Dass Verstappen eine Strafe kriegt Also verständlich Ja Gibt den Gegner Alle schlechte, was geht In dem WM-Kampf Aber schon frech Verständlich, aber frech Gleich mal checken Wie der Abstand nach vorne ist Das fand ich ganz gut So, dann mal gleich Überstand und Ziel checken Und na klar Sehr gut Fängt er hier an Genauso zu backen Wie Battlefield 2042 Aber ich glaube Mein großen Rant Über Battlefield 2042 Spare ich mir auf Wenn wir Eine etwas leichtere Strecke befahren Weil das ist ja wirklich Echt schlimm Mit der Konzentration Ja Gevinazzi vor dir Okay Der Abstand zum Vordermann Beträgt 4,8 Sekunden Sie fahren mit alten Hartenreifen Ihre Reifen sind Elf Runden alt Die letzte Rundenzeit Lag bei 1,20,0 Du holst Vier Zehntel pro Runde auf Es reicht uns nicht Unser Abstand zum Auto Vor uns beträgt 4,2 Sekunden Aha So der Abstand zum Teamkollegen Liegt bei 43,2 Sekunden Hint ihr noch das Rennen an? Besser wäre das Weil ich hole hier Keine krassen Punkte mehr raus Muss uns schon Unser Teammate hier Uns raus retten Übrigens Diese Kurve 2 So eng zu fahren Um dann halt wirklich Mit wenig Oh Gott Mit wenig Lenkwinkel Um Kurve 3 rumzukommen Das ist einfach wieder Unserem kleinen Defekt geschuldet Ich will mich nicht Darüber aufregen Aber Also Ne Nix aber An sich Die Fahrweise könnte auch Mit Shit Mit einem Intakten Auto gut sein Die Kurve immer ein bisschen Hinterstechen Ist doch glaube ich Für die Reifen ein bisschen Schon Oh ich sehe ihn da vorne schon Kämpfen gerade hier Um die goldene Ananas Wenn wir den Platz da haben Aber Es zeigt Dass wir was können Die Reifen Die Lebensleistung Geht auch langsam runter Oh Gott Von der Schild Wird mir gerade abgerutscht Zu die Hands Nein Aus Auto Fui böse aus Ach ne Es sind noch drei Runden Ginget doch wieder schneller rum Als gedacht Oh Gott Aber Instant hier Den Überlebenswillen verloren Ah gut P15 Wird es also Unterm Strich werden Bin gespannt Ob Nose Vielleicht noch eine Strafe Bekommen hat Aber ich glaube ja nicht Ja 4,2 Ja ne Den Giovanazzi Holen wir es nicht mehr Glaube ich Das Ding ist durch War ich ein bisschen Zu unkonstant Von P1 Letzte Woche ein Sieg Diese Woche P15 Aber ich wäre weitergekommen Hätte ich an den Tag Das Auto Naja aber Nicht immer Keine Aufholjagd Mit dem bestmöglichen Ergebnisenden Hier Sergio Perez Mexiko 2,21 Die Aufholjagd Auf Hamilton Oh Gott Kommt doch rum Oh wow Vorne Lockups Was sagt in unserer Motorenabteilung 56% Na gut Da kann man schon mal Verschleißungserscheinungen Kriegen Muss nicht Aber kann Ja alles gut Gut gemanagt Unbewusst Die Benzinmenge 0,1 0,1 plus Oh wow Legal War auch gerade Tatsächlicher Fahrfehler Genau wie die Zwei Male davor Na komm Ich kann glaube ich Noch kurz über Bettyfeet Über das neue Bettyfeet Bisschen renten Ich glaube jetzt Habe ich die Zeit dazu Dann hätte ich euch Ein Review gegeben Über das Spiel Nach der ersten Stunde Hätte ich gesagt Yo das ist geil Das hat richtig viel Potential Das macht Bock Jetzt allerdings Nach einer Woche Kann ich sagen Kauft es euch nicht Kauft es euch nicht Wartet bis es im Sale ist Für irgendwie den 5er Dann holt es euch Aber das Spiel ist Also vom Release her Und im Ertäuschungsgrad Ist das zu vergleichen mit Den No Man's Sky Release Also das ist wirklich schon Eine Bank Es ist nicht nur Battlefield Es ist Bugfield Und wenn du kein Auto hast Ist es Runfield Das ist wirklich Wirklich schlimm Übrigens man Man kann mit Hovercrafts Wände Und allgemein Hochhäuser hochfahren Es ist eine gängige Taktik mittlerweile Das ist mein Spruch Master Fuck off Ey Master hat einfach Meine Stimme Außerdem spricht Master kein Deutsch Außer irgendwie Diese paar Deutsche Wörter Die jeder kann Wie Ja Schnitzel Gut Aschernoch Oder Automobil Können auch noch Viele Amis sagen Das war nicht so erfolgreich Ich hätte echt langsam Mal fahren müssen Mein Delta ist jetzt Bei minus 5 Sekunden 6 Sekunden 7 Sekunden Ey Vettel Sympathisch Übrigens Vettel Hat ja mal Wo er Pfarrer des Tages Wurde Ähm Und auch Diesen Nach dem Rennen Noch im Fahren Hat ja auch Mit Diesen Fahnen Interview bekommen Hey Du bist Pfarrer des Tages So Ja geil Von wo hast du meine Nummer Und sowas Aber war schon Sebastian Vettel Einfach ein Sympathischer Alles getan Was von ihm erwartet wurde Um den Plan des Teams Perfekt umzusetzen Ein glänzendes Beispiel dafür Dass das hier ein echter Teamsport ist Aber bis auf Masse Ist ja keine Brasilianer da Oh hier Raubkopie für jedermann Bäm Voll in die Fresse Letztes Rennen Wochenende war ich da Diesen Wochenende Ist Masse da Wie überraschend jung aussieht Was ist da los Masse Von welchen Jahren Die Codemaster Leute Dich entführt Nett Oh Season Pass Wo es dieses Jahr Finde ich Also Nicht dieses Jahr Sondern jetzt Für jetzt diesen Und nächsten Monat Oder Keine Ahnung Wie lange die Kacke geht Dieser Season Pass Ist jetzt nicht Der geilste Muss ich ehrlich sagen Da gibt es jetzt Nicht so die besten Sachen Da gibt es zwar Zwei Helme mit Oh ich wollte es nachgucken Da gibt es zwar zwei Helme Die auf den Namen lauten George Russell Und Danny Ricciardo An der Spitze Hat sich nach diesem Schwierigen Rennen Für unseren WM-Führenden Heute deutlich verringert Wir haben heute Einige beeindruckende Talente Auf der Strecke gesehen Stefan aber Wer ist für dich Der Fahrer des Tages Sebastian Vettel Ist definitiv Meine erste Wahl Er hat heute Einige der Fahrer Auf der Strecke vorgeführt Und er hat Keine Spur von Müdigkeit Gezeigt Es ist Zeit Einen Blick auf die Situation In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft Zu werfen Mercedes baut seine Führung Weiter aus Und gute Arbeit Von Aston Martin An diesem Wochenende Sie machen einen weiteren Satz Nach vorn Also Stefan Damit endet ein weiteres Fantastisches Rennwochenende Vielen Dank an alle Die mit dabei waren Wir sehen uns Beim nächsten Mal Also dass das Spiel Braucht für das nächste Jahr Endlich mal Einen Namen Um auch Das My Team Team Zu nennen Wie zum Beispiel Und das neue Team Der Formel 1 Hat auch einen Sprung gemacht Oder sowas Oder das Team Mit dem fahrenden Boss Hat auch Es gibt so viele Möglichkeiten Weil wir haben ja Wir sind von 5 auf 3 Er ist dann nur Von 8 auf 7 Aber naja 5 auf 3 ist gut Wir sind immer noch dritter Mit 69 Punkten Ich hab ja aber auch gesagt Besser als per 11 Wäre das jetzt nicht mehr Ähm Ja Master kommt nach vorne Sehr gut Und sonst Ich glaub in die Highlights Müssen wir nicht rein Das ist jetzt nicht Nicht so geil Aber vielleicht nochmal Die Rennleitung Was hat denn die Rennleitung da Zu talken Okay sehr gut Nose hat noch nicht mal Irgendwas bekommen Noch nicht mal eine Verwarnung bekommen Für Für In uns rein Jeden Einfach gut Naja Wollte ich mal sagen Heiter weiter Achso Ich hab jetzt die Replay Vom Lando Inzident gesehen Eventuell war das mein Fehler Es war mein Fehler Freundliche Rivalität heute Ist ja der beste Ja Hat der beste Fahrer Ja doch Ihr Teamkollege ist heute gut gefahren Und wurde mit einem Podiumsplatz gelohnt Haben Sie dazu einen Kommentar Da kann man nichts gegen sagen Ja Ihr Teamkollege war heute besser Lag das am Setup Oder hatte es andere Gründe Das ist Das ist hier keine Der Der Unfall Der wurde einfach nicht Als Unfall registriert Vorm Spiel Ne aber Wo war ich den geliebt Ähm Das war einfach mein Fehler Zu spät gebremst Ich hab kurz noch gedacht Ja nee Ich bin ja die Alternative Rennlinie gefahren Aber zu dem Zeitpunkt Hatt ich ja nicht den Schaden Im Auto Deshalb Hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht Diese Außenlinie zu fahren Es war mein Fehler Aber trotzdem komisch Dass Dass dieser Unfall Vom Spiel einfach Überhaupt nicht wahrgenommen wurde So was Was sagt Der Manni Ah Ja Meine Punkte haben gefehlt Masse hat komplett abgeliefert Mit 25 Punkten Und ich halt mit 0 62K minus Eieieieiei Wir trinken X Team Ereignis Die Personalabteilung braucht hier Hilfe bei einer Entscheidung Ja nee Immer moderne Sachen reinkloppen Na klar Moderne Ausrüstung Wichtig und richtig Ähm Oh ja Hier haben wir jetzt wieder richtig viel Platz Dann würde ich mal sagen Loben wir uns selbst Ja Auszeichnen Ne Aufzeichnung Fahrer PR Video Auszeichnung Ich gebe mir selbst die Auszeichnung Für den Den besten fahrenden Boss Bin ja auch der Einzige Stark Ähm Sonst Strapazierabteilung Will ich da noch irgendwas reinpumpen Will ich das Weiß ich nicht Doch komm Hier können wir noch was reinpumpen Ja Aufgerundet 50-50 Gamble Chance Da sehe ich mich Ähm Und sonst Nee Wir drücken weiter Rein in die Presse Okay ich habe jetzt mal das Interview Weil wir haben jetzt noch hier zwei Sachen Die wir Ah nee Ein bisschen mehr Rein Wir Wir stellen den Übermasser Stellen wir in Kürze fertig Der wird einfach Ah Der wird jeden besiegen Aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft Wir müssen dem Team über den F&E Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll Musste neu entwickelt werden Habe es gesagt Motorleistung No Ah für Monza Das will ich noch reinhaben So jetzt wird wieder gespart Ah Ähm Fordern Fordern Dass Massa In den nächsten Meet Äh Fordern Dass Massa In den wöchentlichen Meetings teilnimmt Oder ablehnen Oder ablehnen Äh Massa Hat jetzt schon einen hektischen Zeitplan Ja Hm Hm Ja Zustimmen Kein Problem Der Nette Sonst können wir hier noch ein bisschen Irgendwo ein bisschen was ausgeben Nein Gar nicht Nee Nix Nix Äh Lohnenswertes Hm Nee Nix Lohnenswertes Ah Doch So Jetzt wird wieder gespart Oh ja Wir müssen sparen Eine halbe Million Nur noch Auf dem Konto Schade Ging schneller weg Als gedacht So Nächste Woche Es wird richtig rasant In der Ardennen Achterbahn Hey Von daher Würde ich mal sagen Wenn es sich gefallen hat Lasst gerne positive Wertungen da Und ich bin nochmal raus Haut rein Bye bye And have a great time Bye Have a great time